Musik Und hier sehen wir Yu-Gi-Oh! Dragon beim Erwerb des neuen Polly Pocket Spiels. Ja. Oder wird es vielleicht Pokémon Pinke Edition sein? Man weiß es nicht. Vielleicht auch die Orangine. Orangine, Pokémon Orangigen könnte sein. Potato Ferry hat die Hände leer. Alles beim Zinn. Da hat was geklaut. Hat irgendwas genutzt. Komm, kreik du uns. Für eine Lea. Für eine Lea. Oh mein Gott. Da kann man ja auch noch was ziehen, sechs Stück. Booster Opening hier. Potato Ferry. Zweiter Platz heute beim Regional in Dresden. Hab ne Quali. Young Q-Hoo Dragon muss man mal so erwähnen. Hähn noch gewonnen. Drauf geschissen. Jetzt gucken wir noch in die Preisbooster. So. Was hat das Scaling ergeben? Das Wiegen? Hab ich auch nicht gemacht. Ich muss hier unten gehen. Boah, ich... Das dauert für. Alter Prio, da muss man ja nicht ziehen. Alter, die Läser in der Rippe. Nee, das wird immer schlimmer. Ey, ich hab schon das... 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 Obfisch auch ne Mist. Official Fail? Ah, ey. Die beste Super-Reine-Beste. Ja, die beste Super, hast du genau. Na, hab ich noch ne, Alter. Was ist hier um die Angelegen? War beste Real. Ja, die Angelegen. Kann auch besser werden. Ja, wir sind bei Caves-Ski. Noch mehr Scheiß. Oh, Work City. Ja, Work City ist okay. Den brauche ich nur eine Super-Reine. Oh, 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 oh. Drei Booster bleiben noch. Ragnasierung. Ist hier die guten Rear? Extra der Komplett, was? Ja. Ich hab keine. Ich hab einen. Der sich insgesamt... Neu Wuster bin ich, also das ist mein... Tut. Komm jetzt aber... Noch... Nein, nein, nein. Alter. Da ist dein Schwul-Reiter. Das muss ja jetzt ein Secret-Ghost-ID werden, um das auszugleichen. Das muss jetzt ein Secret-Ghost-ID werden, um das auszugleichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017